Hallo und herzlich willkommen zu meinem Infovideo zur Sommerpause. Ja, es ist wieder so weit. Ich genehmige mir immer eine dreimonatige Sommerpause. Ja, und ich möchte das Video ganz kurz und knackig halten. In der Sommerpause werden keine Videos von mir erscheinen. Ich werde auch seltener am Computer sein. Ich werde noch ein bisschen was machen, aber größtenteils werde ich die Sommerpause für mich nutzen, für die Familie nutzen, für Urlaub nutzen und, 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 und. Fürs Real Life, ne? Ja, trotzdem, es erscheint, ja, es erscheint ein kleines Notprogramm und zwar Oblivion, Morrowind, Fallout 3. Heißt Oblivion zwei Folgen, Morrowind zwei Folgen und Fallout eine Folge die Woche. Ich werde meinen Uploadplan dementsprechend, wenn es dann beginnt, die Sommerpause werde ich entsprechend ändern. Die Sommerpause wird sein 1. Juni bis zum 31. August. Dann geht es wieder regulär weiter und dann kommt auch im August, September, im September kommt dann auch wieder ein neues Kanalupdate. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer. Ciao, ciao, ciao.